Ja hör mal zu du Glatzkopf, ich fick dich in den Arsch, ich spann dich auf den Boktor und ich fick dich in den Arsch, du. Ja, ich hab auch gar nichts verstanden, ich fick dich in den Arsch, du. Ja, und Nährschwanz werde ich dir. Oh, ja, verstanden? Ja, und jetzt kannst du lachen, du. Du bist wahrscheinlich so ein kleiner verklemmter 1.30. Nee, ich fick dich in den Arsch, du. Okay, verpisst dich, man. Ja, okay, ist gut.